Es ist so viel, so viel, so viel, über allre Krame. Zu viel Brot und zu viel Spiel, das Glück hat keinen Namen. Alle Straßen sind befahren, in den Herzen kalte Bilder. Keiner kann Gedanken lesen, das Klima wird wilder. Ich baue eine Stadt für dich, aus Glas und Gold und Stein. Jede Straße, die hinausführt, die führt selbst wieder rein. Die Bauerstadt für dich und für mich. Just a heart away, the time will come to be blessed. A heart away, to celebrate his loneliness. Wir sind allein, 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 allein. Allein, 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 allein. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Und sicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst, für mich fühlst. Ich glaube nichts, ich glaube an dich, glaubst du an mich? Ich glaube, ich auch. Ich frage mich, ich frage dich, doch frag ich nicht, fragst du dich auch? Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich kann nicht laufen, deshalb taumelig, taumelig. Ich will doch springen, aber ich trau mich nicht, trau mich nicht. Du bist viel stärker, bitte hau mich nicht, hau mich nicht. Lass mich hier bloß nicht hängen, sonst baumelig, baumelig. Bettina, pack deine Brüste ein, Bettina, zieh dir bitte etwas an. Bettina, pack deine Brüste ein, Bettina, zieh dir bitte etwas an. Und am Ende der Strasse ist der Stadwerker See. Weizen, wir Flaschen, legen auf den Wind. Wir haben zwanzig Rinde, unser Stall ist schön. Keiner kommt vorbei, wir brauchen rauszugehen. Das Haus am See. Und wir sahen wunderschön. Hey! Wir spielen im gelobten Land. Das heißt, wir müssen uns auf höchste Temperaturen und extreme Luftfeuchtigkeit einrichten. Das heißt, die Spieler müssen sich ihre Kräfte ganz genau einteilen. Und nennen wir zusätzlich in die Situation, dass wir in Bethlehem eine Volkszählung haben. Deswegen werden wir mit unserer Zweikette, Maria und Josef, auf jeden Fall in Bethlehem agieren. Wir wissen aber auch, dass in Bethlehem alle Räume dicht gemacht werden.